Was wird da nix hier? Weißt du jetzt schon? Ich hab viel zu wenig Sonne. Da kommen die ersten im Wasser. Ich glaube, es wird ein Desaster. Es wird ein Desaster. Aber ich könnte hier mal sprengen. Boom! Wenigstens schon mal das. So, da im Wasser nachsetzen. Ach, jetzt kommen da oben auch noch welche. Da kommen da oben auch noch welche. Das ist der Furchtbar. Es ist, um nicht zu sagen, ein Drama hier. Großes Drama. Oh nein, 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 nein. Wieso das? Warum tust du mir das an? Und tschüss. Scheiß Delfinviecher. Echt? Naja, mal gucken. Ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Nein, nein, nein. Ui, 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 ui. Da kommt jetzt ein Nüsschen hin. Da setzen wir schon mal ein Pet. Obwohl, das hätte ich jetzt lieber da drüben gesetzt. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Kann ich so, ne? Ja, okay. Nachpflanzen. Vielleicht läuft es dann etwas besser. Nein! Hau ab mit deinem Scheiß-Delfin! Das will doch keiner! Ah! Ah! Ich mach mich fertig! Wo sind ja jetzt alle hin? Alle abgehauen hier. So, da oben fallen sie. Das Nüsschen ist aber auch schon wieder ganz unglücklich hier. Ah, ich hätte jetzt gern... Torchwood. Danke. So, okay. So wird das doch hier langsam. Aber sicher. Da kommt jetzt ein Nüsschen auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, und dann ist hier Ruhe. Da oben muss ich ganz dringend. Also da... Da auch. Oh, Manu. Oh, Manu. Oh, Manu, 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 Manu. So, dann machen wir da einen zweiten hin. Oh, der hat gut zu tun hier. Mit dem, mit dem Eimer auf dem Kopf. Da unten mach ich schon mal einen zweiten hin. Eventuell noch ein Sonnenblümchen. Und ich kriege... Nein! Die sind da oben durchgebrochen. Kann ich mal? Danke. Oh! Oh, Alter! Das war knapp. Ich muss hier mal... Also, so geht das nicht, ne? Ich hab aber auch dauernd nicht genug Sonnenblümchen. Oh, nein! Oh, nein! Jetzt hab ich wieder nicht... Oh, Manu. Kann ich mal? Oh, danke. Danke. Oh, Gott, ey. Jetzt mach ich mir echt... Ich war mir sicher. Ich war mir zu sicher da oben an der Stelle, glaub ich. Nein, jetzt kommt die. Aber der kommt genau richtig. Nämlich da. Das passt mir ganz gut. Da hab ich zufällig nämlich eben unsere kleine Stacheldingsbums gesetzt. So, Alter, was wird doch hier zu schaffen sein? Blamier mich doch hier. Ja, Bums. Wunderbar. Die mir hier das Gehirn wegfressen. Ach Gott, ey. Schieß, kleiner Bischu. Schieß, was das zeugelt. Wieso hab ich so wenig Sonne dauernd? Ah, in the rain. Alter, Schnauze. So, jetzt hier da die Torture dran. Ach, als hätte ich's geahnt. Huhuhuhu. Du bist gleich dein Eiswagen los, mein Freund. Alter, wie der fliegt. Und da unten. Auch gleich einer weg. Wunderbar. Okay, da kommt ein Delfin. Das ist nicht gut. Ich hab keinen Tentakulus mehr. Aber hey. Das... Nee, hier, Freunde. Das gefällt mir nicht. Scheiße, ich dachte, dann erwischt der noch mit. Ach, ach. Jetzt hab ich aber hier... Oh Gott, ey. Kommt dann die ganze Sonne auf einmal her. Es kommt überhaupt keine. Und dann kommt hier... Um Gottes Willen, ey. Pass mal auf. Wir werden hier mal was umpflanzen. Das mag ich da so nicht. Äh, du kommst mal dahin. Ich steig hier gerade gar nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst klicken soll. Hilfe! 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 Oh, die muss sieht auch nicht gut aus. Ich muss besser aufpassen. Aber die schafft den Hochsprung-Zombie noch. Ich glaube fest an dich. Du, nur du. Du schaffst das, Chaka. Sag ich ja. Kann man die eigentlich auch so einfach ersetzen? Nee, kann man nicht. Hilfe! Jetzt... Also erst kommt überhaupt keine Sonne. Und dann... Bei euch kickt's doch nicht richtig hier. Äh, was mach ich denn jetzt? Hilfe! Das werden wir mal ausspflanzen. Da machen wir ein neues Nüsschen hin. So, dann setzen wir mal den Torchwood nach vorne. Der hintere kommt schon mal raus. Ey, Leute. 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 Kneift mal jetzt eure Arschbacken zusammen, bitte. Das ist mir hier gerade zu viel. Kommt mir nicht mehr nach. So, hier ist... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich da hin. Herrgott, sieh im Himmel. Totale Panik bricht aus. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Da fehlt ein Nüsschen. Wo ist denn das jetzt hin? Oh, Hilfe. Dauernd fehlt hier irgendwas. Kann ich mal das Nüsschen wieder haben? Dankeschön. Äh. Hilfe. So. Jetzt könnt ihr mir wieder Sonne geben. Wenn es geht, ihr süßen Sonnenblümchen hier. Ah, was ist denn das hier für eine Riesenpest? Alter. Okay. Ich glaube, jetzt werde ich hier nur noch sehen, dass wir hier heile rauskommen. Da wird es jetzt mal bumm machen. Das ist mir nämlich hier nicht so heavy mit euch. Alter Schwede, ich sammle noch ein. Und dann gucken wir jetzt, wie der letzte Kopf rollt. Und trotz herber Verluste, denke ich, haben wir es gleich geschafft. Jawohl. Und wir bekommen eine Nachricht. Was haben wir denn da, Feiners? Ich bin fix und tot, ne? Oh, das wird nicht einfacher. Hello. We heard you're having a pool party. We think that is fun. We'll be right over. Sincerely, the Zombies. Ja. Wir haben eine Poolparty. Ich weiß zwar nicht wo, aber das werden wir sehen. Lasst mal schauen. Ach, Alter, nee. Ach du Scheiße, ein Minispiel. Oh Gott, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Nein. Also entweder wird das jetzt hier eine überlänge Folge, ihr Lieben. Oder? Oder? Oder ich schneide. Eins von beiden. Müssen wir mal gucken. Kann ich mal was zum Schießen kriegen hier vielleicht? So ein bisschen wenigstens? Was mache ich hier? Ne. Das geht so nicht. Da muss mal der Squashy ran. Jawohl. Danke. So, hier. Schieß los. Cool. Wir kriegen diese Three-Shooter. Wunderbar. Da haben wir schon mal eine ganze Menge Lanes mit abgedeckt. Ui, 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 ui. Und große Nüsse gibt es auch. Das ist gar nicht gut. Was haben wir denn jetzt hier noch am Start? Ich glaube, die Jalapeno, die heben wir uns mal ein bisschen auf. Für den Notfall. Besser ist das. So, mit Feuer auf die Coneheads. Und da unten kommt einer hin. Da kommt da schon wieder einer mit Eimer. Das will mir doch schon wieder gar nicht gefallen. Das will mir doch schon wieder gar nicht gefallen. So, okay. Das sieht ganz gut aus. Lillipad hier vielleicht. Kann ich noch mal so ein Feuerding kriegen? So ein Feuerding sind es. Das fände ich jetzt sehr nett. Lillipads auch nett. Bringt mir jetzt gerade noch nicht so viel. Ah, so, hier. Was ist das? Gold, 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 Gold. Und du kommst da hin. So, da gehen jetzt drei P's eher in die Richtung. Also, wenn das jetzt nicht, dann weiß ich es ja auch nicht, ne? So, im Wasser schon mal aufrüsten. Kohle mitnehmen. Wunderbar. Einen Squashy. Und hier kommt auch noch einer hin. Okay. Nehmen wir mal die Kohle mit. Oh, hier unten, ey. Nee, 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 nee. Hier, ihr kommt hier nicht durch. Und tschüss. Und tschüss kann ich da nur sagen. Er hat mir voll die Nuss weggefressen. Das finde ich echt unverschämt. Unverschämt. So, hier rüsten wir jetzt auch auf. Und tada, tada, das ist mir zu eng da oben. Das ist mir echt zu eng mit euch. Man möchte ja meinen... Man möchte ja meinen. Ich weiß gar nicht, was man meinen möchte. Man möchte... Ach, scheiße, wir haben drei Wellen. Also, ich weiß auch noch nicht. Ich denke, ich schneide die Folgen. Ich wollte zwar immer eine abschließen, aber ich habe es jetzt irgendwie gerade verpasst. Weil mir nicht ganz klar war, dass jetzt ein Minispiel im Anschluss kommt. Naja. Kann man nichts machen. Ist auch nicht schlimm. Ähm. Oh, scheiße. Und... Ach nein, ich bin blöd. Ach, die Jalabendio hätte ich mir da jetzt sparen können. Ach, naja. Naja, ein paar haben wir ja noch. Ist nicht so schlimm. So, hier mal Feuer. Ja, auf sie, auf sie mit Gebrüll. Und hier liegt überall Kohle rum, Alter. Ich kriege ja nichts mit hier. So, das hier hinten könnte unsere Jalabendio-Lane sein. So, für Notfallwisse. Finde ich gar nicht schlecht. So, hier wird jetzt auch noch aufgerüstet. Wenn ich jetzt noch so Torchwurz kriegen würde, ne? Das Müschen... Hm, na, die halten noch aus. Nö, das ist mir zu viel. Und Tschüss. Und gleich explodiert da unten wieder ein Wagen. Ich weiß es ganz genau. Ich werde hier jetzt verstärken. Gutsatz gemacht. Boom. Ach, nimm mal alles mit. Lass doch nicht immer alles liegen. So, hier aufrüsten. Und ich werde hier mit Nüsschen weitermachen. Ich meine, wir haben es ja. Ja. Du mit deinem scheiß Gelfin. Komm mal her. Ach, du bist auf der Lane. Okay. Boom. Jetzt nicht mehr. Ah, da oben. Aufrüsten. Kohle, Kohle, Kohle. Äh, ich brauche die Squashies gar nicht mehr. Hihi. Da unten haben wir keine Spikies mehr. Das finde ich aber nicht gut. Oh, und schon wieder Nüsschen. Mach ich denn mit euch? Also, so viele Nüsschen brauche ich doch jetzt. Ah, nicht. So, erst mal Spy. Und da fliegen die Feuerbälle. Alter, ist das geil oder ist das geil oder was? Hä? Ich habe da keine Fragen mehr. So, ich werde hier mal im Wasser mithelfen. So, boom. Und dann werden wir hier noch hinsetzen. Alter Nüsschen ohne Ende. Ich bräuchte mal ein bisschen Platz hier. Ich setze mal hier weiter. So, weiter. Pentakulus ins Wasser. Da kommt das schon wieder irgendwo so ein Blödmann. Okay, du kriegst jetzt hier diesen. Boom. Ich habe da nämlich kein... Doch, da waren Spiky. Ach, und ich habe es nicht gesehen. Aber da oben ist jetzt kein Spiky, ne? Und da unten? Was ist da los? Ach, da hat es rum gemacht. Das ist ja toll. Ähm, hier. Mr. Wapps, rest das? Hab da erstmal was mit zu tun? Wo du ganz gerne? Jawohl. Wo knuspert es denn hier gerade? Hä? Hier hat es doch gerade... Ich habe es doch gerade knuspern gehört, oder nicht? Ja, glaubt man es. Alter, das ist... Hier. Nimm das. Ach hier, die knuspern hier an denen. Ach so. Ja, 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 ja. Ich kriege hier nichts mehr mit gerade. Ich kriege hier nichts mehr mit. Da oben mal machen wir mal... Alter, das geht hier, ey. Ich hätte aber trotzdem gerne nochmal ein paar Spikes. Hm. Ich glaube, ich muss hier wieder ein paar Nüsschen auspflanzen. Sonst habe ich hier keine Möglichkeit mehr ein Jaloppenio zu setzen. Und was ist da los? Da ist die Taucherbrille gefallen. Ähm, nee, du kannst nochmal bleiben. Für den dahinten habe ich ja noch gar nichts, ey. Habe ich ja noch gar nichts, ey. Das ist die letzte Welle, ihr Lieben. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Was machen wir denn jetzt hier so lang? Ein bisschen Geld einsammeln, wenn ich es denn sehe überhaupt noch. Weil ich steige hier gerade gar nicht mehr durch. Okay. Ähm. Was ist das jetzt? Ach nee, ach guck mal, da sind noch zwei unterwegs. Da sind denn noch zwei unterwegs. Ach Gott, ich brauche gar nichts mehr setzen. Cool. Was haben wir denn da? So, lass doch mal gucken. Einen Seashroom. Aquatic plant that shoots short-ranged spores. Ich kann das auch noch nicht aussprechen. Short, short-ranged spore. Okay, ihr Lieben. Den gucken wir uns aber jetzt in der nächsten Aufnahme an. Ich werde es jetzt nicht nochmal drauf anlegen, dass wir ein Minispiel kriegen. Und bis dahin, wie immer, eure Trin.